hallo also hallo nach einer essenspause ja ach also sehr abgeschaut was macht mir das nicht ich habe gemerkt du kannst sie trotzdem schütteln ist einfach ins entweck will dann kannst du nicht doch jetzt noch heute mal ja weil du ihn vorher schon getroffen was kann sein keine ahnung der hat auf uns und sein scheiß schulden die tun nicht weh die leuchten leise das macht ganz viel schaden erst mal kein schaden das suchst du ich habe zum tag gefahren warum kannst du jetzt mit dem echo blicken die 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 Keine V-Rolle. Nice. Keine V-Rolle? Das ist aber V-Rolle vorne. Ja, eine. Reicht doch. Ja. Hast du dich geklappt? Entschuldigung. Was hast du gesagt? Ja. Ach da. Warum geht es jetzt los? Warum Spätsier zu trinken? Was? Ich krieg mal was. Was? Ich krieg mal was. Schluck auf Habmilch. Unangenehm sein. Wo man auch reden kann. Äh. Krämpfe. Aber ich muss mich gar nicht so fällig getroffen sein. Dann lernen sich beim Reicht zu konzentrieren. Cool. Was? Because I have a Miniboss. Was hast du als gut? Macht's. Ähm. Mir in Portalfall gespielt. Ach so. Because I have a Miniboss. Was? Was Schlimmes? Was wüsst du? Miniboss. Ja. Wenn du ja nichts kennen kommst. Dann habe ich schon gespielt. Dann habe ich von draußen gespielt. Ach so. Wenn man nur so kaputt machen kann. Das ist ja langweilig. Ja. Die Sau hat sich eingezogen. Aaaah. Au. Das kommt ja auch. Au. Au. Irgendwie gibt es echt viele Mordballposten oder? Ja. Ja. Gut, dass du die machst. Was soll denn? Was denn? Was ist denn? Eigentlich schon. Tot? Hm. Noch lange nicht. Wo ist denn der Herrgott? Ja. Ich denke. Ich sehe. das war auch so Du brauchst dann eine Schucke auf. Dreh mir auf den Sack. Das war fies. Das war toll. Das war es. Das war es. Das war es. Äh! Ah, hier ist gut. Oder ja kaputt. sowieso und auf da habe ich gerade erschrocken und habe die rechte richtigen der kaputt ja ja Hallo! Seit wann haben wir 170 Missalz? 175 Missalz! Einfach im richtigen Moment gesammelt gerade. Kannst du mal deine Röpse in Ruhe lassen? Das ist Schluckauf. Der so nervt. Ich hab echt gerade mit einem Messer verpackt. Du hast einen Messer geschossen. Hui! Da, 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 da. Da haben wir die Musik herkennen. Wie viel fehlt jetzt eigentlich noch? Ein Schlüssel? Ja. Und? Und ein paar Scans. Ich meine es soll technisch. Ich nehme es noch 8 Himmelsschlüssel. Blutblut. Zwei Ausrüstungs... Drei Ausrüstungsgegenstände. Drei? Mhm. Der Anilator, der... Leichtshut und der... Scroo-Attack. Leichtshut. Also der... Ah, die ist äh... Es gibt für den Anilator auch noch den Summit Crew. Was? Du Scheiße. Oh Gott. Back. So. Wo geht's denn da lang? Der wohnt ja noch nicht weiterkommen. Oh, der wohnt nicht weiterkommen. Oder? Nein, wir kommen noch nicht weiter. Ne? Was man eigentlich auch mal testen könnte. Was? Ähm... Super Metroid Hacks. Oder Super Metroid Randomizer. Hm. Es geht untereinander noch den Metroid Prime Randomizer. Echt? Hm. Hast du den Dinges gestellt? Kleiner? Das fragst du mich jetzt erst? Ja. Ja. Wie man hände die ganze Zeit... Zwischen meinen beiden Lacken. Der kann auch von mir Kopf übernehmen. Du hast noch exakt 10 Minuten gebraucht. Ja. Ja. Du hast jetzt noch exakt 9 Minuten. Ja. Upsala. Da komme ich ja eh noch nicht weiter. Upsala. Upsala. Ja. Die Mode von einem fetten Arsch. Die ist gut eingesessen. Für seinen Arsch vielleicht. Ja. Meiner ist nicht so breit. Bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Auf. Ah stimmt hier. Da habe ich schon von ihm... Ich habe einen passenden Namen gefunden. Sprüh, sprüh, knall bumm. Sprüh, sprüh, knall bumm. Ding, 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 ding. Du warst mit Porto. Ja. Aua, aua, aua. Was war das? das hat ja viel gezahlt der wichser hinter mir ja, was hat sich das so komisch an? das hat nichts zu tun, da ist übrigens der letzte Schlüssel im dark sample schön, dass sein vor den augen nichts aber nicht erreichen kann von da oder? ja da will ich noch ein das let's go ja, es hat jeder gezogen das war geschossen geschossen ich hab keine bezogen echt? sah so aus ok, der merke das tut weh miss all messer messer das ist neu was, ich würde das neu verstanden also längere für lassen sie in die meisten method games der stärkste eines klubes tag das ist ein bescheißes kurze zu fast nicht so stark ist Ach, wieder ein Dimensionsgritze. Nicht wirklich. Das ist ein Gegner, wenn wir sind. Finsterlinge. Tut mir leid, viele. Tut mir leid. Hoi. Rekka? Hoi? Rekka? Rekka? Hoi Rekka. Das hat mir nicht weh getan. Haha. Hätte ich davon jetzt nachgeschossen wird. Musst du was sagen? Wurde war auch fast wieder dran gebracht. Hey, das hat so effekte Timing. Einfach. Das klappt mir natürlich in den Arsch. Bumm. Huch. Es ist voll das Rätsel. Aufzuschießen, Alter! Bleib weg. Hey, wenigstens hast du sowas wie Rätsel. In Resident Evil 3 hast du ganze zwei Rätsel im ersten Spiel. Ja. Hast du gerade gesehen, wie Matrix sich leicht durch die ersten zwei Schlüsse gegangen war? Nö. Ich hab mich. Ich hab mich. Hahaha. Halt die Klappe. Nö. Jetzt kannst du es noch lange weiliger. Ach. Jetzt kannst du es noch lange weiliger. Nein. Ich hab mich. Ich hab mich. Schau mal rein. Mach mal ein Stein. Arsch. Zu. Zu. Dann nimmt es. Ich kenn auch einen... Ja, wird so. Ja. Geht man zum Arsch. Arsch so. Ja, sie haben nur noch zwei. was zwei zwei jahre zwei tage zwei wochen 10 die schrohe attacke mehr klasse schroozeig endlich mal wieder ja aber im takt also schützt das ist ja da kann ich nicht was wie weit kann man mit der hier jumpen wie weit kann man mit der ich glaube du kannst fünfmal schrooen schrooen attacken und in welchen teilen mal die noch mal in englisch super madrid wenn du es gescheit gemacht hast aber das war halt nicht so easy in super madrid achja und wenn du getroffen wirst kannst du super lange das ist zwar klar ich glaube in fusion ging es auch noch einigermaßen lange bis zum nächsten mal raus bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal